Ich meine, ich hätte ja ein Stimpeg, ja, aber wenn das Spiel es mir nicht erlaubt, es ihm zu geben, vielleicht hätte ich es auch einfach anders machen können, aber, naja, man kann halt wie gesagt nichts und nicht alles haben, wenn er nicht mitkommt, Pech für ihn, so. Jetzt haben wir wenigstens nur noch ein Ziel, der liegt lustig da, ist da noch was drin, wunderbar, so, servus, ich bin es wieder, din 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 din, dann gehen wir den ganzen Weg wieder hoch, haben wir sonst nichts zu tun. So, sagt sie jetzt noch was mit mir? Ja, warte da, ich werde einen Hedge schrauben. Okay. Okay. Hey, hier ist eine Idee. Warum gehst du nicht über das, was du tun sollst, und lass mich alleine. Sei vorsichtig. Okay. So, neue Quest? Nein. Es wird Dr. Lee, Turn of the Camel to the... Ja, wird schon besser sein, oder? Denk ich jetzt mal. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Was brauchst du, Civilian? Ja, die Stadt... Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute mit mir, in need of shelter. Du musst uns zum ersten Mal accessieren. Ich bin sorry, Ma'am. Keine unauthorisiertes Zivilisation, die in den Städten zu lassen. Du musst jetzt gehen. Lions! Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich bin jetzt gleich. Ich wollte nur, dass es Tag ist, und es ist immer noch nicht Tag. Jetzt ist es Tag. Okay. Quest. Esquad Dr. Lee inside the Capital City. Das Wasser des Lebens. Und Level Up. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Mino Webbands. Ich weiß immer noch nicht, was wir jetzt da groß aus Nexus ausrüsten sollen. Vielleicht mal das weiter nach oben. Repair weiter nach oben. Medizin. Ne. Explosives. Energy Dinger. Die können wir mal noch weiter nach oben. Dann machen wir mal lieber Repair nochmal weg. Und dafür das nochmal höher. Okay. Continue. So. Und jetzt haben wir wieder ein Perk weiter. Ich glaube wir haben da was neues freigeschalten. Okay. So. 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 Sichel. 克orn. Ch инд. You can general. Anderation skill point. Whenever skill book is we did. Child head. No right. It's the commercial pack. You gain an eration skill point. Never skill book is read it. Yeah. Yeah. hüttel im kurs hier der kürzeln ich glaube fast dass wir das nehmen dann haben wir mehr moni oder das da immer das da kann man auch irgendwo nachschauen was für ein karma level wir derzeit haben schon mal evil oh ey bin ich evil perks hm schade ja okay was ist denn das da oben noch 569 von 7200 naja gut was ist unser neuer auftrag Wests Scott Dr. Lee inside the capital city da sind wir eigentlich jetzt gerade aber ja jetzt erstmal müssen wir nur noch hier reingehen Ah ja, hier sind wir. Sie sind im Enklaiv. Sie haben den Projekt Purity. James ist tot. Es gibt noch mehr, ich weiß nicht. Sie müssen etwas machen. Dann ist es wie wir Angst haben. Madison, ich bin sorry, dass das passiert. Ich wünsche, dass wir etwas gemacht haben. Dann machen etwas jetzt. Sie haben den Purifier. Die Läuern, sie können nicht über die Kontrolle über ihn sein. Das ist nicht richtig. Nein, nein, nein. Hör auf. Hör auf. Sie wissen, wie ich mache, dass die Purifier nicht funktioniert. Es ist nicht wichtig für sie. Vielleicht ist es Zeit, um weg zu gehen. Das ist nicht wahr. James. Er hat gefunden, was er verletzt. Wir wissen, wie es geht. Ist das so? Die Enklaiv wissen das? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Ich weiß nicht mehr. All right, Madison. Es wird okay. Jetzt, das ist James' son, ich versuche. Ich kann sehen, die Resemblanzung. Ja, er weiß, was wir brauchen. Vult Tech Computer, etwas, um die Werkzeug zu holen. Bitte, er hilft ihm. Sehr gut. Wir werden das alles ausprobieren. Ich möchte mit dir sprechen, Vater. Natürlich. Okay. 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 Ich weiß nicht mehr, Vater. Nein! Die Enklaive muss bezahlen, was sie getan haben. Du bist vielleicht ein Sentinels, aber du bist auch meine Daughter. Und ich werde nicht deine Leben wegwerfen. Ich habe eine Bruderhütung. Was soll ich damit machen? Kann jemand in der K... Sade Edel, train me to Power Armor. Also in Irren Schwäche... Was... Also... Also... Irgendwelche Kommentare zum Enklaive. Was zur Enklaive? Ich muss los. Okay. 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 Dann reden wir mal noch mit dir. Dann... 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 Was sind Sie hier in der Capital Wasteland? Wie lange Sie hier sind? Das ist alles, was ich wollte wissen. Okay. Ich habe das ganze Zeit in dieser Ort. In Wahrheit, das Bruder von Steele ist seit Jahren zu beurteilen, hier und nach Hause. Honor, Wahrheit, Wunsch. Diese Vertuen haben wenig Sinn in diese schwierige Zeit, ich glaube. Es ist 20 Jahre seitdem wir uns gekommen sind, und wir haben durfte, die Super Mutanten zu verabschieden und die Super Mutanten zu fast so lange erabschieden. Mit dem Angriff des Enclave habe ich eine schreckliche Gefühl, dass die Super Mutanten die Least unserer Wörter sind. Okay. So geht's. Ich möchte mehr über Brotherhood of Steel wissen. Was können Sie mir über die Super Mutanten erzählen? Würdest du mir permission zu bekommen bekommen? Hmm. Considering die Situation, ich denke, es wäre prudente, wenn du solche Trainings bekommst. Ja. Speak to Gane in der Belei. Er wird dich in der properen Use von Power Armor trainieren. Schau dich nicht, ich werde sagen, dass ich meine Überlegung habe. Wenn du ihn in der Belei hast, ich werde sagen, dass ich meine Überlegung habe. Okay. Okay. Wäre gut. Steel will be with you. Perfekt. So. Was haben wir sonst noch? Quest. Oscar behind for pre-war computer access. Okay. Schaut auf jeden Fall süß aus hier. Schaut auf jeden Fall süß aus hier. So. Ich freue mich bloß, ob wir dann von diesen Feinden, die wir da vorher umgebracht haben, ob wir da dieses Zeug anziehen sollen. Oder unser Brotherhood of Steel Armour zurück in unsere Putze aus. Was? Ach schon. Oh, der schau da riecht so richtig fett aus hier. Was ist das? So. Okay. So. Dann geht's hier runter. So. 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 Who doubt such a device really exists. Let alone works. If. However you share your father's determination. I may be able to assist you in locating one. They know how to find one? I'm running short on time. Here's a... ...let's scoot on this chase. Possibly. Ich bin froh, dass ich nicht direkt beantworten kann. Die Neues Dr. Lee hat mir gebracht wird, um mich zu sein. Ich kann, aber auch, dass ich einen alten Prä-War-Computer von Vault-Tec geben kann. Es hat die Informationen, die du brauchst. Du findest den Terminal in den Archiven in der A-Ring. Du bist willkommen. Wenn du weitere Unterstützung brauchst, kann ich dir helfen. Okay. Gut. Gut. So. Dann wahrscheinlich wieder raus. Ich möchte sowieso eher dieses Training machen für diesen Super-Power. Der Hof der... Zitat... Delle. Krank. Sollen wir jetzt erst da schauen, oder sollen wir erst schauen wegen diesem Power-Train? Oh, sie hat sogar aufgehört. Okay. Ist es keiner, den ich brauchen kann? Nein, ist auch keiner, den ich brauchen kann. Ich brauche irgendjemand. Da sind vielleicht ein paar. So, was ist der letzte Report? Super-Mutant-Aktivität in DC ist hoch, aber nicht... Ähm... Ich denke nicht, dass... Halden, du wirst mich sehr glücklich sein, wenn du mich mit einem Außenkopf gesehen hast. Ne, ich brauche jemanden, der mir beibringt wegen... ...dem Training. Was? Geh weg. Die reden nicht mit mir. Wie vielleicht... Ja, willkommen... Schönen. Na, die reden alle nicht mit mir. Da sehe ich gut keinen... まあ gehen wir doch mal erst da rein... Juju...